Und mit deinem Wort beginnst du alles und wir werden sehen, wie sich das erfüllt, weil du treu bist. Sprich heute zu unseren Seelen. Wir loben dich. Im Namen Jeshua. Amen. Shalom, shalom. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Wir loben den Herrn und wir wollen das Wort teilen, weil die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Alleluia. Seul l'Evangelium wird uns freimachen. Und alle Völkern, alle Nationen, egal wie reich sie sind, brauchen wir das Evangelium. Alleluia. Amen. Und der Herr hat erlaubt, wir haben in Hamburg angefangen mit unserer Mission. Es gab sehr viele Hindernisse. Normalerweise sollte ich das Flugzeug nehmen, also in Paris bin ich losgeflogen. Aber der erste Flug ist schon annulliert worden. Dann bin ich um 20 Uhr erst geflogen. Und bin nicht direkt nach Hamburg geflogen, sondern erst mal nach München. Und in München. Ich spreche nämlich nicht Englisch, nicht Deutsch. Ich war total verloren. Aber der Herr hat mich geleitet. Und die Hübelschweiger haben mich geholt. Alleluia. Es war wirklich ein Kampf. Und ich wollte die Mission aufgeben. Aber dann habe ich verstanden, dass das Kämpfe waren. Und als ich dann ein anderes Flugzeug genommen habe, dann war die Frau, die mich in das andere Flugzeug gesetzt hat, als sie meinen Namen gesehen hat, um den ins andere Flugzeug zu setzen. Es ist plötzlich der Computer abgestürzt. Und ich habe verstanden, es hat begonnen. Weil in Deutschland ist irgendwas. Was Großes, das der Herr in Deutschland machen möchte. Alleluia. Etwas Großes, das der Herr in Deutschland machen möchte. Deswegen müssen wir unsere Herzen bereiten. Und dass wir ganz frei werden. Und in Hamburg. Der Herr hat zu mir gesprochen, über diese Geschwister. Und wir haben miteinander gearbeitet. Und im Norden gibt es so einen Durst. Einen solchen Durst. Und ich bitte den Herrn, dass er im Norden auch noch Türen öffnet. Und diese Arbeit, die begonnen hat. Und es hat perdu. Amen. Es hat durft. Ah, mein Gebet ist, dass diese Arbeit anhält. Dass diese Arbeit anhält. Weil wenn ein Volk nicht gelehrt ist. Wenn ein Volk nicht ausgebildet ist. Und wir immer noch Kinder bleiben. Wir werden niemals verantwortlicher werden. Weil die Ausbildung macht uns stark. Und wenn wir stark sind. Wir werden nicht mehr manipuliert. Les Menschen können uns nicht mehr manipulieren. Weil wir stützen uns ganz auf den Herrn. Weil wir sind verwurzelt im Herrn. Alleluia. Amen. Das heißt, dass die Leute, die uns gegenüberstehen, wenn wir als Leute uns gegenüberkommen, wenn wir uns gestärkt sind, werden wir erst einmal bewahrheiten, wenn sie ihre conduite sind. Also, wir werden schauen, ob ihr Betrag und ihr Verhalten ist in conformität mit dem Wort conformität. Alleluia. Und wenn wir nicht stark sind, wir lassen uns ganz leicht von anderen Menschen beeinflussen. Und da, wir sind Kinder. Alleluia. Heute legt mir der Herr aufs Herz, dass ich über das Herz des Menschen spreche. Und deswegen gehen wir in Markus 7. Markus 7. Verset 1 bis 13 d'abord. Verset 1 bis 13. Jemand kann uns die Lektur d'abord in Französisch oder in Deutsch? Wir lesen immer erst auf Französisch und dann auf Deutsch. Markus 7, verset 1 bis 13. Markus 7, verset 1 bis 13. Verset 1 bis 14. S'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retourner. Les lavages des coupes, des cruches et des vases en bronze et des lits. Alors, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur pein avec des mains non lavées? » Mais lui répondant leur dit, « Les Chayas a rien prophétisé sur vous, hypocrite, comme il est écrit. Ce peuple, mon ordre, des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car, laissant de côté le commandement d'Elohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur disait aussi, « Vous rejetez bien le commandement d'Elohim afin de garder votre tradition. » Car Moshé a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. » Mais vous vous dites, « À moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est corpore, c'est-à-dire offrande. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Elohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Da versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige der Schriftgärten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, also ungewaschenen Händen Brot essen zahlen, beschuldigen sie diese. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, außer wenn sie sich die Hände bis zum Elbogen gewaschen haben. So halten sie die Traditionen der Ältesten. Und wenn sie vom Mordplatz kommen, essen sie nicht, außer wenn sie sich getauft haben. Und es gibt viel anderes, was sie bekommen haben, um es einzuhalten. das Waschen der Becher und Krüge und prosenen Gefäße und Tischgruppen. Dann fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgärten. Aus welchem Grund wandeln deine Jünger nicht nach der Tradition der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Treffen hat Jesaja über euch Heuchler prophezeit, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehrten sie mich, indem sie Menschengebote als Lehrsätze lehren, indem ihr nämlich das Gebot und Elohims aufgebt, haltet ihr die Tradition der Menschen ein. Das Waschen der Krüge und Becher und viele andere solche Dinge tun wird. Und er sprach zu ihnen, Treffen lehnt ihr Elohims Gebot ab, damit ihr eure Tradition einhalten. Denn Mosche hat gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter sagt, Korban, also Gabe, ist das alles, mit was ich dich eigentlich unterstützt hätte. Und ihr lasst ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. Ihr macht Elohims Wort ungültig durch eure Tradition, die ihr überliefert habt. Und viele andere solche Dinge tun. Amen. Alleluia. Wir kennen alle diese Geschichte zwischen Herrn und den Pharisäern. Er hat gesagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Das Lob dieses Volkes war nicht tief. Denn der Herr ist nicht beeindruckt von unseren Lippen. Er ist nicht beeindruckt von unseren Lobpreisliedern. Er hat gesagt, die Herzen sind weit von mir entfernt. Wenn der Herr also sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, weil er als Schöpfer nämlich er ist nicht beeindruckt von allem, was man sieht. Weil als Schöpfer er sich nur beeindruckt vom Herzen. Und das Herz ist der unsichtbare Teil des Menschen. Kein Mensch sieht es mit menschlichen Augen, aber nur der Herr sieht es. Voilà pourquoi und deswegen der Herr wusste dass dieses Volk ihn nur mit Lippen ehrt. und zu sagen, der Herr wusste schon dass dieses Volk ihn nicht liebt. Alleluia. Er wusste es schon. Dieses Volk liebt mich nicht. Dieses Volk verehrt mich nur mit den Lippen. Aber in ihrem Herzen es noch andere Dinge drin. Es ist nicht die Liebe des Herrn drin. Es ist nicht die Liebe des Herrn Es ist nicht diese Leidenschaft für den Herrn. Es ist nicht diese Leidenschaft für den Herrn. Sondern andere Sachen sind in diesen Herzen. Und die heutige Kirche ist so. wenn er den Herrn mit den Lippen aber unsere Herzen sind woanders. Voilà pourquoi es nicht die Perse. Deswegen gibt es kein Durchbruch. Weil wir nicht mehr mit dem Herrn weil es treffe mit dem Herrn ist ein Treffen von Herz zu Herz. Der Herr möchte nicht dein Geld. Er möchte nicht deinen Titel sondern mit dir sich persönlich treffen. Nicht deine Mutter nicht dein Vater sondern mit dir persönlich oder sich treffen von Herz zu Herz. Eine persönliche Treffe. Er möchte in deinem Herzen wohnen in deinem meinem Herzen wohnen und dein Herz verändern und wenn du das akzeptierst wenn du dein Herz wohnen wird die Kraft des Herrn dein Leben verändern und du wirst sehen dass sich dein Christenleben auch ändert du wirst sehen das was du tust ce que les hommes ne voient pas und alles was die Menschen nicht sehen und der Herr sieht er ist mächtig dass er das ändert dein Herr er ist mächtig ich mein Herz zu verändern nur dein Herr Alleluia Alleluia nur der Herr Alleluia ist mächtig de toucher ton Cœur fähig dein Herz zu berühren und wenn er sagt dieses Volk ehrt mich mit den Lippen dann nur deswegen weil er mich beeindrucken lässt von physischen Sachen er ist nur vom Herzen beeindruckt weil wenn dein Herz sich verändert wird sich auch dein Leben verändern wenn dein Herz sich verändert wird auch sich deine Motivation verändern wer kann dein Herz verändern wer kann dein Leben verändern nur der Herr allein kein anderer Mensch Alleluia 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 ich glaube die Gemeinde in Deutschland braucht wirklich diese machtvolle Treffen mit dem Herrn der Herr muss kommen und aus den Menschen aus den Herzen was alle diese Götzen die drin wohnen der Herr muss es ausreißen und das Wort das wahre Evangelium das Licht und dann wird ein verändern wenn dein Herz verändert ist wenn dein Herz verändert ist wenn dein Herz verändert ist weil der Geist des Herrn mag die Heiligung, weil der Geist des Herrn mag es nicht. Halleluja. Und wir schauen mal, was im Herz des Menschen ist. Wir lesen jetzt ab Vers 14 weiter. 14 bis 23. Matthieu 7, Matthieu 14 bis 23. Markus 7, 14 bis 23. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch, was ich? Das ist doch, was ich? Ich habe die Wolle gesagt, was ich, alle Sie, und so, dass es nicht von einem Exklarer wie der Mensch, dass es nicht mehr so sein muss, dass es nicht mehr so sein kann. Vielen Dank. Il leur dit « Écoutez-moi, vous, et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur et entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. » Et quand il fut entré dans la maison, l'un de la foule, ses disciples l'interrogèrent sous cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut rendre impur ? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes qui purifient tous les aliments. » Mais il leur disait « Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, les luxures sombrides, l'un méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. » Toutes ces choses mauvaises sont du dedans et rendent l'être humain impur. Et als er die Menschenmenge herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen « Hört mir alle zu und verstehe, da ist nichts außerhalb des Menschen, was ihn im eindringt, das ihn verschmutzen kann, sondern was von ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verschmutzt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er entfernt von der Menschenmenge in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger nur das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen. Seid auch ihr ohne Intelligenz. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außerhalb in den Menschen eindringt, ihn nicht verschmutzen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus im stillen Örtchen. Alle Nahrungsmittel werden so gereinigt. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verschmutzt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die schlechten Überlegungen, Ehebruch, unerlaubte Geschlechtsverkehre, Mord, Liebstahl, Hauptsucht, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, böses Auge, Lästerung, Arroganz, Dummheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verschmutzen den Menschen. Amen. Alleluja. Amen. Alleluja. Und hier, der Herr spricht hier zu den Pharisäern. Weil hier ist es so, was, er sagt, was man isst, sans laver die Mänen, ohne die Hände zu waschen, wenn man ist souillet, die sagen, dann ist man schmutzig, wenn man ist impur. Man ist unrein. Aber der Herr sagt, nein. Alleluja. Alleluja. Amen. Der Herr sagt, nein. Das ist nicht so. Er sagt, nein. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Weil was den Menschen wirklich spezialisieren. Donc, nous, in unserer Tradition, on sagt, ne mange pas so. Sagt man, ist das nicht? Ne mange pas so. Ist jenes nicht? Der Herr sagt in seinem Wort, esst doch alles, was man auf dem Markt kaufen kann. Esst doch alles, was man auf dem Markt kaufen kann. Nicht das, was wir essen, macht uns schmutzig. Wenn du also ein Hund essen möchtest, kannst du auch Hundefleisch essen. Du sündigst nicht. Das ist deine Freiheit. Aber wenn du Hundefleisch essen möchtest, du bist libre de ne pas manger. Wenn du keins essen möchtest, brauchst du es ab. En fait, le Seigneur dit aux Parisiens, c'est pas la mouture physique qui nous souille. Nicht diese physische Nahrung macht uns schmutzig. Parce que la nourriture qu'on mange physiquement, denn diese physische Nahrung ne vient pas dans le coeur. Kommt nicht ins Herz rein. Ça va dans le ventre. Sondern in den Bauch. Après, on va dans les Toilettes. Und anschließend gehen wir auf die Toilette. Alleluia. Maintenant, il dit ce qui souille l'homme. Jedoch, was den Menschen verunreinigt, c'est ce qui sort de son coeur. C'est ce qui sort de son coeur. C'est de l'abondance du coeur. C'est ce qui sort de son coeur. C'est ce qui sort de son coeur. C'est ce qui sort de son coeur. Donc, quand je veux insulter quelqu'un, c'est parce que mon coeur est possédé, c'est parce que mon coeur est possédé, des démons d'insulte. von diesem beleidigungsdämon. Quand je manque du respect à mes parents. Et wenn ich meine Eltern nicht respektiere, c'est parce que c'est dans mon coeur. Weil das sitzt in meinem Herzen. Et le Seigneur dit aux Pharisäens. Und der Herr sagt zu den Pharisäern, c'est ce qui sort du coeur. C'est ce qui sort du coeur. C'est ce qui sort l'homme. Macht den Menschen schmutzig. Donc, ça veut dire que si l'homme est souillé. Wenn der Mensch verunreinigt ist. Il n'aura pas pari. Donc, il sera jamais avec le Seigneur. Wird er niemals mit dem Herrn sein. Alléluia. Et il dit, c'est du dedans. C'est du dedans, c'est du coeur. C'est du dedans, c'est du dedans. Que sortent les mauvaises pensées. Kommen schlechte Gedanken. Les adultes. Ungeschlechtsverkehr. Donc, quelqu'un, quand il décide de tromper sa femme. Jemand, der seine Frau betrugne. Ça vient d'abord de son coeur. Hat es zuerst mal im Herz. Après, maintenant, il pose l'acte. Und nachher geht er zur Aktion über. Alléluia. Les folles. Zwar diebstahl auch. Les cupidités. Les méchancetés. La tromperie. Betrug. Donc, quand on voit quelqu'un voler. Jemand, der zum Beispiel stie. Quand on voit quelqu'un tromper les autres. Wenn jemand gerne andere betrug. C'est parce que c'est dans son coeur d'abord. Quand on voit quelqu'un mentir. Wenn jemand lügt. Mentir à ses parents. Manipuler ses parents. Seine Eltern manipuliert. C'est parce que c'est dans son coeur d'abord. C'est parce que son coeur n'a pas croisé véritablement le Seigneur. Sein Herz hat noch nicht wirklich dem Herrn geoffen. Und heute. Wir wollen, dass wir den Herrn wirklich treffen. Alléluia. Amen. On parle de l'Orgueil. Man spricht auch von Hochmut. On parle de la Folie. Von Torheit. Et on dit toutes ces choses mauvaises. Et on dit toutes ces choses mauvaises. Und all die dummen Dinge. Sorten du dedans. Kommen aus dem Inneren. Et rendent les humains impuls. Und machten Menschen unreinig. Und machten Menschen unreinig. Und machten Menschen unreinig. Das verunreinigt uns. Und zwar. Le Seigneur. Das heißt, der Herr. Il veut nos coeurs ce soir. Möchte heute unsere Herzen haben. Il veut véritablement nos coeurs. Wirklich unsere Herzen haben. Alléluia. Il veut une rencontre personnelle. Il veut ein persönliches Treffen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas le suivisme. Weil das Christenleben ist nicht an der Nacht zu laufen. La vie chrétienne, ce n'est pas le suivisme. Das Christenleben besteht nicht darin anderen. Mais c'est une rencontre personnelle. Sondern den Herrn persönlich zusammen. Avec le Seigneur. Mit dem Herrn zusammen zusammen. Lorsque tu as la rancune dans ton coeur. Wenn du grunst in deinem Herzen. Lorsque tu as le manque de pardon. Und anderen nicht vergeben kannst. C'est parce que ton coeur. Das ist wiederum dein Herz. Ton coeur n'est pas encore nettoyé. Dein Herz ist nicht noch nicht gereinigt. Quand ton coeur est nettoyé. Wenn dein Herz reinigt. Même si la personne t'a blessé. Und die Person dich verlässt. Même si la Person t'a injurié. Die Person hat dich beleidit. Tu vas demander à l'Esprit du Seigneur. Dann wirst du den Geistes Herrn bitten. De te donner la force de pardonner. Dir Kraft zu geben. Um zu verzeihen. Parce que la Bible dit. Weil die Bibel sagt. Heureus sind die mit reinemacht. Die sehen Elohim. Est-ce qu'on peut avoir le coeur pur sans le Seigneur. Können wir ein reines Herz ohne den Herrn überhaben. Parce que celui qui est dans le monde. Weil der der in der Welt ist. Celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Der den Herrn hier schon an der Welt. Er nourrit par le monde. Er wird von der Welt ernährt. Facilement. Ganz leicht. Il peut suivre la pornographie. Geht er in pornographie. Facilement. Ganz einfach. Il peut voler. Stilt er. Parce que son coeur n'est pas encore changé. Weil sein Herz ist noch nicht mehr vor. Et quand le Seigneur croise son coeur. Aber wenn der Herr sein Herz zurück, ändert er sein Leben. Il change la manière de parler. Er ändert seine Art und Weise zu sprechen. Parce qu'il y a une rencontre personnelle avec le Seigneur. Weil dann wird ein persönliches Treffen stattfinden. Et le Seigneur se soit. Und der Herr möchte heute. Il reclame le coeur des Allemands. Möchte heute die Deutschen. Il appelle le coeur des Allemands à la repentance. Die Herzen der Deutschen müssen Buße tun. Il appelle le coeur des Assemblées de l'Allemagne à la repentance. Der Herr möchte, dass die Gemeinde in Deutschland. Parce qu'il n'a la port. Weil er steht an der Tür. Parce qu'il revient. Er kommt wieder. Et si l'Evangelium n'avance pas ici. Parce que les enfants du Seigneur. Dann deswegen, weil die Kinder des Herrn. N'ont pas donné. Véritablement leur coeur au Seigneur. Le Herz ganz dem Herrn. C'est un pied dans le Seigneur. Un pied dans le monde. Un pied dans le monde. Et le Seigneur réclame mon coeur sur ma tête. Le coeur de chacun de nous. Jeder von uns muss sein Herz geben. Ce soir-là. Ne regarde pas au prochain. Ne regarde pas à l'autre. Chacun pour soi avec le Seigneur. Sondern jeder selbst. Ne regarde pas Papa. Schaue nicht deinen Papa an. Ne regarde pas Maman. Schaue nicht die Maman an. Chacun pour soi avec le Seigneur. Sondern jeder mit dem Herrn. Parce qu'on sera seul. Weil wir sind alleine. Demand au Seigneur on sera seul. ganz allein. On sera seul. Alleine. On sera seul. Allein. On sera seul. Allein vor dem Herrn. Quand on meurt, on ne meurt pas à deux. Wenn man stirbt, stirbt man nicht zu zweit. Quand on va dans le Cercueil, on n'est pas dans le Cercueil à deux. Wenn du in den Sarg gehst, dann nicht mit dem anderen. Sondern du liegst alleine drin mit dem Herrn. On sera seul. Alleine mit dem Herrn wirst du sein. Et qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Was wirst du dann dem Herrn sagen? Non Seigneur, j'étais jeune. Nein, Herr, ich war noch zu jungen. J'ai fait ma vie. Je faisais ce que je voulais. Je voulais tout, was ich will. Parce que j'étais dans un grand pays. Weil ich war in einem reichen Land. Tu vas rendre les comptes, au Seigneur. Tu wirst dem Herrn Rechenschaft ablehnen. Alleluia. Und wenn die Herzen verändert sind, die Herzen verändert sind, werden die Leben sich auch verändern. Die Herzen sind umgewandelt. Die Verhaltensweisen werden sich ändern. Weil man sich nicht verändern kann ohne den Herrn. Et le Seigneur nous connaît. Aber der Herr kennt ihn. Le Seigneur me connaît. Der Herr kennt mich auch. Der Herr kennt euch auch. Le Seigneur sait, ceux qui sont là pour le Seigneur. Der Herr weiß, wer für ihn da ist. Il sait, ceux qui sont là pour le Suivisme. Und wer da ist, um anderen hinterherzulaufen. Mais la rencontre avec le Seigneur, c'est le cœur à cœur. Es von Herz zu her. Alleluia. Wir schlagen Johannes' Evangelium auf. Der Herr schlagen Johannes' Evangelium auf. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Meister steht an der Tür. Johannes, Kapitel 2, Verset 24-25. 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 Johannes, Kapitel 3, Verset 24-25. Johannes, Kapitel 3, Verset 24-25. Johannes, Kapitel 3, Verset 24-25. Johannes, Kapitel 4, 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 Verset 24-25. Amen. Er sagt, aber Jehoja vertraut es, weil er sie alle kannte. Alleluia. Die Menschenmengen lief dem Herrn nach. Der Herr war nicht beeindruckt von dieser Menschenmengen. Aber was ihn beeindruckt, ist das Herz dieser Menschen. Alleluia. Er sagt, auf Verset 25, Er sagt, er hat nicht besoin, dass wir ihn über den Menschenmengen erzählen. Alleluia. Er sagt, er hat nicht besoin, dass wir ihn so sagen. Er hat es nicht nötig, dass man zu ihm sagt, er ist. Weil der Herr kennt ja alle. Er weiß, wer wir sind. Die Bibel erklärt, die Bibel erklärt, ja. Aucune Kreatur n'est cachée devant lui. Dass keine Kreatur vor ihm versteckt. Keiner auf der Erde. N'est cachée devant lui. Ist versteckt vor ihm. Person. Niemand. Er hat mir gesagt, tout est mis à nu. Und alles ist nichtig. Donc devant lui. Vor dem Herrn. Der Herr sieht, wie wir, so wie wir vor dem Herrn. Es ist nichts versteckt. Donc Elohim. Elohim. N'a pas besoin. Braucht nicht. Qu'on lui dit, que celui-là est bien. Braucht nicht zu hören, wie es du. Ils connaissent nos cœurs. Sondern er weiß selber, wer wir sind. Ils connaissent ce qui est entre dans de nous. Er weiß unser, er kennt unser Herz, er weiß, was in uns. Alleluia. Le cœur de l'homme. Das Herz des Menschen. Il est méchant. Er ist böse. Le cœur de l'homme. Das Herz des Menschen ist böse. Il est méchant. Es ist böse. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Wer kennt das Herz des Menschen? Si ce n'est que Elohim lui-même. Nur Elohim allein. Quand on parle du cœur de l'homme. Wenn man vom Menschenherzen spricht. Qu'il soit blanc. Egal ob es ein weißer, il est blanc. Oder ein schwarzer. Qu'il soit jaun. Oder ein gelber. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut sauver l'homme? Er kann die Menschen erraten. On a pourquoi le Seigneur est venu mourir à la croix. Et quiconque vaut que le nom du Seigneur. Und jeder der den Namen des Herrn anrufen. Sera sauvet. Wird errettet werden. Alleluia. Quiconque vaut que le nom du Seigneur. Jeder der den Namen des Herrn anrufen. Sera sauvet. Wird errettet werden. Quand le Seigneur change ton cœur. Wenn der Herr nämlich dein Herz ändert. Tu ne peux plus t'appuyer comme une prostituierte. Kannst du dich nicht mehr wie eine prostituierte. Quand le Seigneur change ton cœur. Wenn der Herr dein Herz verändert. Tu ne peux pas regarder la femme de Tui. Kannst du nicht die Frau eines anderen anrufen. Oder den Mann eines anderen anrufen. Ich sehe die Siegel vor dem Gnadenthron. Les Eaux. Ah, die Wasser. Les Eaux. Die Wasser. Les Eaux descendent. Wasser kommt vom Himmelsthron. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Est en train de nettoyer. Reinigt. Est en train de laver. Wäschte. Comme tu vas à la douche tous les soirs. Wenn du am Abend in die Dusche gehst. Genauso. Le Seigneur est en train de nous laver. Wäschte der Herr uns. En fait, dans l'Esprit, le Seigneur me dit, c'est une convocation. Im Geist sagt der Herr zu mir, c'est une convocation. Parce qu'il a, il a, il a, il veut parler. Er möchte sprechen. Et de plus en plus. Und mehr und mehr. En Allemagne, il y aura de telles programmes partout. Werden in Deutschland solche Treffen stattfinden. Überall. Là où l'Evangile véritablement va être prêché. On ne prêche pas l'argent. On ne prêche pas le matériel. On ne prêche pas les visas. On ne prêche pas l'Europe. L'Europe, c'est pas le salut. Europa bedeutet nicht Rettung. Les Etats-Unis, c'est pas le salut. In den USA, c'est pas le salut. Comme d'autres m'entraîn, ils prêche l'Europe. Manche prêche l'Europe. On prêche le ciel. Sondern wir prêchen den Himmel. On prêche l'Evangile de l'éternité. Wir prêchen l'Evangile qui nous amène au ciel. Das Evangelium, das es in den Himmel. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils sont en Afrique, là-bas, ils font des choses pour venir en Europe. L'Europe, c'est pas le ciel. Deswegen tun viele Leute in Afrika alles dafür, dass sie nach Europa kommen. Aber Europa ist nicht der Himmel. On veut aller au ciel. Sondern wir wollen in den Jets. La destination finale. Das ist unser wirkliches Ziel. Unser Endziel, der Himmel. On veut prêcher le ciel. Wir wollen den Himmel prêchen. Parce que si le ciel est prêché. Weil wenn der Himmel gepredigt wird, ta vie va changer. Wird sich dein Leben verändern. Ton cœur va changer. Das Herz verändern. Tout ce que tu vas faire. Alles, was tu tust. Tout ce que tu vas porter. Alles, was tu anziehst. Tout ce que tu vas faire dans le secret. Alles, was tu im Geheimnis prêchent. Ça va glorifier le nom du Seigneur. Muss den Herrn verherleter. Ça va élever le Seigneur. Alles, was tu tust, muss den Herrn verherleter. Alléluia. Quand le cœur est changé, on n'est pas nu devant ses enfants. Alléluia. Wenn das Herz verändert ist, tout ce que tu vas porter, ça glorifie le nom du Seigneur. Und wenn das Herz verändert ist, on n'est triches pas l'État allemand. Betrückt man nicht den deutschen Staat. On est honnête. Ist man ehrlich. On dit la vérité. Sagt die Wahrheit. Parce que nous sommes des citoyens du ciel. Weil wir sind die Bürger des Himmels. Nous sommes des enfants de la lumière. Die Kinder des Lichts. On marche dans la lumière. Wir wandeln im Licht. Et on vit dans la lumière. Wir leben im Licht. Nous ne sommes pas les enfants de la ténèbre. Wir sind keine Kinder der Dunkelheit. Parce que la particularité des enfants de la ténèbre, weil das was die Kinder des Lichts. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est la ténèbre. C'est la ténèbre. Es lüge. Es betrug. Das sind die Kinder der finsternis. Alleluia. Nous sommes les enfants de la lumière. Wir sind Kinder des Lichts. A tous ceux qui l'ont reçu. A tous ceux qui croient son nom. A tous ceux qui croient son nom. Aime, la parole du Seigneur. A donner le pouvoir. De devenir enfants d'Elohim. Die Macht gegeben, Kinder Elohims zu werden. Donc, on ne naît pas enfant du Seigneur. Wir werden nicht als Kinder Elohims geboren. On devient enfant du Seigneur. Man wird Kinder Elohims. En acceptant le Seigneur. Indem man den Herrn annimmt. Pas en acceptant la religion. Indem man nicht die Religion annimmt. En acceptant le Seigneur. Nicht indem man Religion annimmt, sondern den Herrn. Und zwar, das wahre Evangelium. L'Evangelium qui te dit. Das wahre Evangelium, das sagt. Change ta vie. Ändere dein Leben. Change ton coeur. Verändere dein Herz. Change ta conduite. Verändere dein Betrag. C'est cet Evangelium là, qui t'amène au ciel. Dieses Evangelium bringt dich in den Himmel. C'est cet Evangelium là, que vous devez prêcher en Allemagne. C'est cet Evangelium là, que vous devez prêcher partout. C'est cet Evangelium là, que vous devez prêcher partout. Où on ne lève pas un homme. Où man nicht einen Menschen erhebt. On élève celui qui est mort et ressuscité. Sondern denjenigen, der gestorben und abgestanden ist. Jehoshua HaMashiach. Le premier et le dernier. Der erste und der letzte. Le premier et le dernier. Der erste und der letzte. Le commencement et la fin. Der Anfang und das Ende. L'alève et le Taf. Des Aleph und das Taf. Celui qui est. Derjenige der ist. Qui était. Der war. Et qui vient. Und der kommende. C'est lui qu'il faut prêcher. Il müssen prêcher. C'est lui qu'il faut parler. Von ihm müssen wir sprechen. Parce qu'il est fidèle. Er ist trôin. Il dit dans sa parole. In seinem Wort steht. Je nomme. Junge Mann. Rejouis-toi de ta jeunesse. Erfreu dich deiner jugend. Mais sache qu'un jour. Mais sache qu'il y a un jour. Tu passerai un jugement. Wirst du ins Gericht gehen. Moi j'ai accepté le Seigneur. J'avais 26 ans. Ich war 26 Jahre alt. Als ich den Herrn angenommen habe. J'ai fait de ma naissance jusqu'à 25 ans. Bis. Von meiner Geburt bis 25 Jahre alt. Dans l'alcool. War ich in Alkohol. Che le prostitué. Bei prostituierten. Mais Yahweh m'a fait grasse. De sortir de là. Ich bin da rausgekommen. Parce que ma famille avait déjà décidé. Que celui-là ne va plus jamais changer. Quand on est dans un bar. Wenn man ganz unten ist. Il faut que les congelateurs de boisson se vident. Musst der getränke kühlschrank geleert werden. Tu commences avec son Teredi là. Wenn man y a un kniper is. Ah ah dans un bar. Dans un bar. Les bars. Les buveurs de vin là. Ah wenn man im wirtshaus ist. Voilà. Donc là-bas le Seigneur est parti me chercher. Im wirtshaus hat der Herr mich rausgeruert. Quand je buvais. Als ich getrunken habe. On me mettait ici à l'épaule. Hat man mich auf die schulter genossen. Un grand soular. Ah ich habe mich so zugedröhnt. Quand je buvais. Als ich getrunken habe. Je me remet à la route. Hab ich auf der Straße geschlafen. On me enlève les chaussures. Und man hat mir die schuhe ausgezogen. On me enlève les montes. Und die Uhr hat man mir geschlafen. Parce que j'étais alcoolique. Bah ich war alkohol. Mais quand le Seigneur a passé à moi. Aber als der Himmel an mich gedacht hat. Le Seigneur a changé ma vie. Hat der Herr mein Leben verändert. Il a changé mein cœur. Mein Herz verändert. Alleluia. Wer kann das tun? Wer kann das tun? Wer kann das tun? Wer kann das tun? Ich hoffe, ich bin wieder. Un an punch with the Lord. Dass du den Herrn triffst. wo du nach dem reinen Evangelium lebst, weil der Herr lässt sich nicht beeindrucken von allem Physischen. In 1 Samuel steht geschrieben, der Mensch betrachtet was vor den Augen. Literalement, der Mensch ist schon beeindruckt von den schönen Sachen hier. Es sieht schön aus in Europa. Blumen, schöne Gebäude. Aber Yahweh ist dafür nicht beeindruckt. L'Homme, wenn der Mann zum Beispiel eine Frau, wird er von den Augen verfrucht, beeindruckt von ihren Haaren, von ihren Augen, und dann sie schönes Anhaben, so schöne Hautfarbe. Aber Yahweh wird davon nicht beeindruckt. Was Yahweh beeindruckt, ist das Herz. Wenn man die jungen Leute über die Ehe, on leur dit, man nicht beeindruckt, man heiratet nicht eine Schönheit, la vraie Frau ist das Herz, sondern die wahre Frau besteht im Herz. Le vrai Marie ist das Herz. Und der echte Ehemann ist das Herz. Das ist kein Star-Magnon. Nicht kein Star-Allier. Weil wenn der Herr in unser Herz kommt, dann ändert er unser Herz. Weil wenn dein Herz verändert ist, braucht man dir nicht zu sagen, wir brauchen doch ein Piano. Wenn dein Herz verändert hat, dann sind alle, die dir gehören, dann gehören auch dem Herrn. Alleluia. Amen. Alleluia. Wow. Hier habe ich zwei Stunden. Gestern bin ich um zwei Uhr eingeschlafen. Ich wollte über den ersten Thessalonicher sprechen. Aber der Herr hat heute zu mir gesagt, sprich über die Sünde. Weil alle haben gesündigt. Und sind getrennt von der Herrlichkeit. Wir müssen etwas verstehen. Wir haben unser körperliches Leben. Und wir haben unser geistliches Leben. Und wenn man vom Herz des Menschen spricht. Da ist auch ein Leben drin. Was den Herrn beeindruckt. C'est la vie intérieure. Ist dein Inneres. C'est-à-dire que le Seigneur veut que ton coeur soit pur. Der Herr möchte, dass dein Herz rein. Le Seigneur veut que ton coeur aime le prochain. Der Herr möchte, dass dein Herz dem nächsten liebt. Du kannst kein reines Herz bekommen. Wenn du den Herrn nicht an. Wenn du den Herrn nicht an. Wenn du den Herrn nicht trifft. Nur der Herr allein kann dein Herz ändern. Weil früher haben die Leute auch zu mir gesagt. Dein Leben ist sowieso. Aber der Herr hat mein Herz veräldert. Aber der Herr hat mein Herz veräldert. Der Herr schaut unser Herz an. Der Herr möchte unser Herz verändern. Der Herr möchte die Welt aus unserem Herzen rein. Das Problem der heutigen Gemeinde ist, dass die Welt in der Gemeinde eingetreten ist. Man prägt sogar die Welt. Aber die Wahrheit hört man nicht. Man prägt nicht mehr das Licht. Wenn man kennt das Herr ist. Man prägt das Licht. Paul pourrait sagen. Paul sagt. Wenn ich den Menschen noch prädige. Ich wäre kein servitor des Mashiach. Wenn ich noch. Ich wäre kein servitor des Mashiach. Nein, der erste Teil. Der erste Teil. Wenn ich noch den Menschen gefallen würde. Ich wäre kein servitor des Mashiach. Ich wäre kein servitor des Mashiach. Alleluia. Wir müssen die Wahrheit rücken. Lorsque die Kinder des Herrn versammelt sind. Die Menschen kommen die Leute, um das Evangelium zu hören. Alleluia. Aber der Dienst ist nur für die Kinder des Herrn. Die Menschen, die die Menschen, die ein Zeugnis haben. Und die den Herrn angenommen haben. Man kann nicht akzeptieren, dass jemand, der den Herrn noch nicht angenommen hat. Und der Pianos spielt. Alleluia. Das sind die Dinge, die man verstehen muss. In der Zeit, der Dienst ist nur für die Menschen, die den Herrn angenommen haben. Und die Menschen, die den Herrn angenommen haben, können den Dienst tun. Aber das Evangelium können alle tun. Man kann nicht heilige Sachen den Hunden geben. Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Weil das Wort ist heilig. Und die Nationen sind wie Hunde. Weil, wie lebt ein Hund? Er kann mit einer Hündin verkehren vor den Leuten. Wenn der Hund etwas ausspuckt, dann frisst er es wieder. Das Bild des Hundes ist immoralität. Der Dienst in der Gemeinde ist nur für die Kinder des Herrn bestürt. Wir müssen uns versichern, dass diese Leute wirklich den Herrn angenommen haben und zur Umkehr bereit sind. Alleluia. Wenn das euer Land berührt werden soll, müsst ihr die Wahrheit verkünden. Ihr müsst das Wort verkünden. Weil ihr nicht Menschen anziehen, gefühlt zu sein. Sondern das Wort, das Wort, das Wort zieht an. Und die Bibel sagt, in Apostelgeschichte, Jehoshua, das Jehoshua, hat noch mehr hinzugetan, der Gemeinde noch mehr hinzugetan, und zwar von den Seelen, die errettet werden. Alleluia. 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 Wir vertreiben die Angst. Wir vertreiben die Angst. Fini. Der Herr wird seine Kinder in die richtige Position bringen. Die wirklich berufene. Die wirklichen Hirten. Die wirklichen Hirten. Die von dem Herrn gesandt sind. Die von dem Herrn gesandt sind. Ich sehe Menschenmengen an original Deutschen. Die den Herrn annehmen werden. Der Herr wird seine Kinder begleiten. Durch Zeichen und Wundern. Alleluia. Oh. Mashiach. 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 Schau nicht auf den, der neben dir sitzt. Wir werden sagen, Seigneur, Seigneur. Sondern jeder für sich. Enlève das in meinem Herzen. Herr, nimm dies und jenes aus meinem Herzen. Nimm den Leichtsinn aus meinem Herzen. Erlève den Leichtsinn aus meinem Herzen. Nimm den Mangel an Vergebung aus meinem Herzen. wenn ich meinen Mann nicht achte, wenn ich meine Frau nicht gut behalte, nimm das weg aus meinem Herz. Verändere mein Herz. Verändere mein Herz. Verändere mein Herz. Verändere mein Herz, weil du bist bin! Verändere mein Herz. Alleluia! Alleluia Alleluia Merci, Papa Merci, Papa Danke, Papa Apokalypse, Nandö Offenbarung 22 Verset 11 à 12 Offenbarung 22 11 bis 12 22 1, 11 bis 12 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 29 30 31 32 32 32 33 33 33 33 34 38 39 40 40 41 42 41 42 42 42 43 42 43 44 44 44 44 45 47 48 47 48 41 44 wer sich entscheidet zu verunreinigen der soll weitermachen mach einfach so weiter wer also unrein ist verunreinige sich weiter wer einen Bösen verharrt geh weiter wird noch böser weil der Lohn der Sünde ist der Tod sind wir hier der Lohn der Sünde ist der Tod und wir müssen verstehen jedes Mal wo du entgegen dem Wort du volst du hast ein Salär wirst du einen einen Lohn haben und wer arbeitet kriegt ja einen Lohn jemand der zum Beispiel in einem Unternehmen ist bekommt jedes Mal ein Lohn am Morgen geht er in die Arbeit und er kriegt irgendwann einen Lohn und auch so derjenige der im Bösen wird am Ende des Lebens bekommt er einen Lohn und wir kennen diesen Lohn das ist der Feuersee das ist der Feuersee das ist der Feuersee das ist der Feuersee die Hölle die Hölle Alleluja er sagt auch der gerecht ist praktische die justice bleibe weiter gerecht und der heilig ist sehnt heilige sich weiter er gibt den Kindern des Herrn eine Bote du der du dich für den für den Herrn absonderst continue heilige dich weiter reinige dich weiter aber wer schmutzig ist soll weiter noch schmutziger werden weil jeder wird einen Lohn bekommen wer sich heiligt wird auch einen Lohn sein Lohn wird das ewige Leben sein und jeder der in Sünde wohnt wird auch einen Lohn bekommen Alleluja Alleluja und au Verset au Verset 12 im Vers 12 die dit und hier ich komme zügig und meine Belohnung mit mir um jedem zu vergelten wenn der Herr kommt wird wird er nicht sagen ich richte jetzt eine ganze Familie der Papa hat den Herrn geliebt und die Kinder werde ich auch verschwunden nein so wird es nicht sein jeder steht vor dem Herrn jeder muss seine eigene Rechenschaft ablegen ich lege vor dich drei Wege das Leben und den Tod dann hat er gesagt wähle das Leben viele aber wählen lieber den Tod weil wenn du jemanden beleidigst hast du schon den Tod wenn du rebellisch bist hast du schon den Tod gewinnen wenn du Freundinnen suchst hast du schon den Tod gewinnen Alleluja Alleluja und wir als Kindes des Herrn sollen die Welt wir aber die wir Kinder des Herrn sind sollen das Leben werden wer ist das Leben die diese die Wahrheit und das Leben die meisten Menschen wenn man zu ihnen über den Herrn spricht sagen ich will erstmal mein Leben leben ich will erstmal mein Leben leben aber sie wissen nicht dass eigentlich das Leben schon der Maschia er ist das wahre Leben Alleluja er ist das wahre Leben ich dachte früher das Leben ich möchte so gern den Tod und in den Club gehen ich dachte mir das ist ein Leben ich wusste nicht dass das Tod ist aber der Herr ist das Leben der Maschia ist das Leben Alleluja und jedem wird gegeben nach seinem Werk jeder wird vor dem Herrn Rechenschaft ablegen wie er auf der Erde geht Chacun de nous jeder deswegen wenn wir diese Botschaft heute hören müssen wir alle bis zum Ende gehen deswegen hat Paulus gesagt ich behandle meinen Körper ich behandle meinen Körper hart ich unterordne ihn und errede ihn damit ich nicht den anderen predige und ich selber verworfen werde wir sind auch nicht gerettet weil wir predigen wir sind nicht gerettet weil wir auf Mission wir sind nur gerettet wenn wir in Heiligkeit werden wenn wir das Licht behalten wenn wir das Licht behalten und wenn der Herr kommt gehen wir mit ihm Alleluja können wir das Wort für das Wort klatschen ist es gibt eine Frage wer möchte dass man für ihn betet ja ja es kommt nach dem Seigneur wenn wir das Licht behalten können wir das Licht behalten klatschen also so sprich ja also was der so wie es jetzt heute gesagt hat hat mich sehr bedient ich bin sehr bedennt so mit der Satz dass alles aus dem Herzen kommt dass alles aus dem Herzen kommt dass alles aus dem Herzen kommen dass der Herzen sich verändern muss dass der Herzen sich verändern muss Ich habe in meinem Herz einfach eine Stimme oder einen Ruf gespürt, ich muss mein Leben verändern. Ich muss mein Leben verändern. Er hat auch gesagt, ich bin jung, ich denke auch manchmal, ich bin jung, ich will mein Leben leben. Und auch als ich damals in Paris war, ich hatte mein Herz, ich hatte mein Herz, Mama Sonja meinte damals zu mir, du bist immer schon ausgewählt geworden, gewesen, und ich brauche einfach Unterstützung, mich selber zu beinnen. Ich habe Freunde, Social Media, auch beispielsweise, ich spiele auch gern Football, und meine Damen finden sie nur um das, obwohl es nicht, dass ich hier leben ist. Ich liebe Fußball, aber meine Gedanken sind nur um das zu verstehen, obwohl es nicht die reale Leben ist. Und wie er gesagt hat, Yerushua, Maschia, ist das Leben. Yerushua, Maschia, ist das Leben, nicht anderes. Deswegen wäre ich sehr nett. Und ich wäre glücklich, wenn Sie für mich könnten. Alleluia. Alleluia. Amen. Ist es noch ein Produkt? Gibt es noch ein Produkt? Ich liebe Herrn. Und ich liebe ihn, der Gott mir hatte, weil er mir schoss auf Wair, und er weiss, gekleidet war. Und ja, das aus dem Herrn 34,반ss mitgemert werden. Der Feind wollte deine ganze Familie zerstören und der Herr hat gesagt, stopp und das ist eine Gnade und diese Gnade wird bis zu seinen Enkelkindern und bis zu den Kindern seiner Enkelkindern, weil Yahweh ist treu. Herr, wir geben dir unseren Bruder, unseren Sohn, wir beten für sein Leben, wir beten für sein Herz, miteinander, wir geben ihm in deine Hände, Herr, berühre ihn, besuche ihn. Besuche ihn, Herr, besuche ihn, Papa, besuche ihn, Papa, besuche ihn, Papa, besuche ihn. Die Fesseln sollen von seinem Leben fallen, die Ketten sollen von seinem Leben fallen, die Ketten sollen von seinem Leben fallen. Diese Todesurkunde ist zerstört und das Blut des Lammes rächt ihn, Vater, Jesus, Papa, du wirst seine Schwester berühren. Du hast gesehen, wie seine Mama geweint hat. Du änderst sein Leben, du änderst sein Leben, du änderst sein Herz, ab jetzt. Du bringst ihn dazu, dass er die Sünde nicht mehr schmeckt, er wird den Tod hassen, die Sünde hassen, seine Jugend dir geben. Er wird seine Jugend dir geben, die Kraft, die er hat, ist für dich, Herr, die Kraft, die er hat, ist für dich, Herr. Wir bedanken dir. Wir bedanken dir. Wir bedanken dir. Im Namen des Hohschu. Amen. 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 Am sorry ein Moment du noch nie getauft wird warst du in여 gestorben wildes Ben nicht? Amen. pixels wegge HTML nur. Amen. 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 Ten'mker. Der Herr wird dich lieben. Er ist treu. Alleluia! Der Herr kann sprechen. Jemand, der möchte etwas sagen? Magst du etwas sagen? Ja, ja. Ich bin seit 22 Jahren auf dem Weg mit meinem Vater, mit Jesus. Ich bin mit meinem Vater, Joshua Machia. Und er hat mir Kraft gegeben. Durch diese Jahre hat mich eigentlich durchgetragen, dass ich viele Dinge aushalten konnte. Und ich verspürte immer wieder neu in seinem Leben. Und ich verspürte immer wieder neu in seinem Leben. Und ich verspürte immer noch in ihrem Leben. Für die Familie. Für die Leute verloren. Für die Menschen verloren. Und ich verspreche noch mehr. Ich verspreche noch mehr. Ich verspürte immer noch mehr. Ich verspürte immer mehr Kraft. Er hat mir viel mehr Kraft! Er hat mir viel mehr Kraft gegeben. Er hat mir sehr viel Kraft gegeben. Wir brauchen alle sehr viel Kraft und Durchhalte. Und ich bitte dir um Gebet für dieses Durchhalte. Für noch mehr Liebe für das Verlorene, für die verlorenen Zähne. Und ich bitte die Weisheit und nur mit seinem Wort. Das nur sein Wort aus meinem Mund kommt, nicht aus, nicht aus, was in meinen Gedanken. Und ich bitte die Sagesse, damit nur seine Worten, seine Worten, aus meiner Haut und nicht die Worten, die von meinen Gedanken kommt. Und deswegen bin ich sicher, dass ich mich aufrechter, auf diese Welt, so lange, bis er soll, dass wir jetzt kommen. Für die Seigneur, bis ich mich auf diese Welt, bis ich mich auf die Welt, bis ich mich auf die Welt. Bis ich mich auf die Welt. Bis ich mich auf die Welt. Amen. Wir werden für Papa. Wir beten für Papa, für unseren Vater. Wir beten für den Seigneur, für seine Liebe und seine Persönlichkeit. Wir beten für den Seigneur, für seine Liebe und seine Durchgutung. Wir beten alle. Wir beten für Papa. Wir beten für seine Familie. Du hast die Probleme. Du hast die Schwierigkeiten. Wir beten für seine Beaines. Wir beten für seine Kinder. Wir beten für seine Kinder. Wir beten für seine Kinder. Wir beten für seine Liebe. Wir beten für sein Glück. Wenn Gott, um bis zum Ende zu Hause zu sein! Wer beten sie in der النugierde. würde Happy sein. bowlen wir in der 그걸. Du behütest unseren Glauben. Quels que soient les épreuves. Quels que soient les difficultés. Papa, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Tu t'es souvenu d'Abraham. Tu t'es souvenu de Jacob. Tu t'es souvenu de Yitzhak. Tu t'es souvenu des Patriarches. Seigneur, soutiens Papa Nick. Soutiens Papa Nick. Visite son époux. Visite la. Tu es fidèle, Papa. Visite la. Visite tous ses enfants. Visite tous ses petits-enfants. Qu'aucun d'eux ne se perdent. Et nous effassons leur nom de l'acte de la mort. Et nous prions pour leur vie. Wir beten pour leur vie. Au Seigneur, là où ils habitent. Ce terrain familial. Que tout ce qui a été planté là-bas. Tout ce qui a été fait là-bas. Tout ce qui a été fait là-bas. Soit nul et sans effets. Seine zunichte gemachte et ohne wirkung. Que le Seigneur règne. Que le Seigneur règne. Que Yeshua règne. Que Yeshua règne. Que Yeshua règne. Parce qu'il est fidèle. Palastroi. Jesus. Amen. 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 Je vous prie, Seigneur, que vous soyez forts dans le combat, le combat contre le mal et contre toute tromperie, que le Seigneur vous garde tous. Dort, wo die falsche Sprache entdeckt werden, dass Sie frei sind, dass Sie frei sind, frei von alles, was Sie wollen Sie von der falsche Sprache bringen. Amen. Wer will, dass man für ihn betet? Komm. Willst du, dass man für dich betet? Danke für deine Dienerin. Der Herr zeigt mir einen Stern über dir. Du bist seine Tochter. Du bist seine Tochter. Er sieht dein Herz. Er sagt zu dir, sei mutig. Geh nicht weg. Sei mutig. Er hat dich erhört. 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 Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Er hat dich erhört. Der Herr sagt zu dir, du wirst dich weiter heiligen, du bist seine Prinzessin, der Herr kennt dein Herz, mehr und mehr wird er dich reinigen. Ich sehe in deinem Leben gibt es neue Lieder, zur Ehre seines Namens. Du wirst so viele Bücher auf Deutsch schreiben, die Herrlichkeit des Vaters. Danke. Der Herr kümmert sich um euch. Der Herr verlässt euch. Er ist treu. Amen. 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 Vielen Dank.